Moin YouTube, Willkommen zu einem neuen Video bei mir, Eskla. Heute beginnt die neue Serie, ich gegen Zuschauer, im Brawlhawler, 1 gegen 1. Der erste Kanntat ist Sim, er hat, bei 1,4 ist er Elo mäßig, ich bin bei 1,6. Ja Leute, wie ihr seht, Skins sind am Start bei mir. Nein, ich darf, ich bin an die Wand, ok, absolut dumm, haha, scheiße, ok, ok. Oh, dieses scheiß Horn. Und aus, Grinch. Das war's für heute. Na moin! Die Bomben hatte gar keinen Bock! Nein! Nein! Was? Wie knapp das noch wurde! So Leute, zweite Runde. Erste gegen Arnie. Best of five. Das bedeutet, wer zuerst drei Runden gewinnt. Hat gewonnen. Was? Was? Tschüss! Nein! Verstattet! Ja moin! Na, höher gehts nicht! Fuck! Vorher richtig armarmste Welt! Wenn ich erfahre, dass du höheres Level bist als ich! 1-1. Okay. Leute, nebenbei. Das Video wird gecuttet von King Lio nach Nachsicht. Äh, unten in der Beschreibung verlinkt. Dann schlägt dein Charakter nicht aus, was ich manchmal. Ich habe sogar ganz deaktiviert, dass ich mit Fiek überhaupt aufnehmen kann. Äh. Oder? Ciao! Ne, hier sind wir mal nicht so. Wir wollen es so spannend halten. Es laggt ab und zu. Richtig komisch. Es laggt ab und zu. Richtig komisch. Nein! Fick dich! Fick dich! Gigi! Ja moin! Guck mal, ich muss jetzt kreispern. Nein! 3, 2, 1, brawl! Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Wie dumm. Ich hasse X-Zahl so sehr. Nein! Ey so dumm! Nein, er hat gewonnen. Schade, 3 zu 1. So Leute, das wars mit dem Video. Ich habe ihn gewinnen lassen. Damit ich gut ankomme. Also auf jeden Fall hat er mich hops genommen. Falls ihr auch einen 1 gegen 1 wollt, addet mich hier auf der PS4. Mein Nickname seht ihr hier. S-Killer1909 Addet mich mit der Nachricht YT, also YouTube. So hat es Sim gemacht und ich wusste direkt, dass es um YouTube geht. Dann können wir direkt 1 gegen 1 machen. Aufnehmen, ihr könnt Shortout bekommen, wenn ihr gewinnt. Je nachdem. Also was ihr wollt. Schreibt es in die Kommentare, was ihr von der Serie haltet. Und wie gesagt, edit mich, wenn ihr mit dabei sein wollt. Bis zum nächsten Video. Haut raus. Ciao. Ciao. Ciao.